Du bist mit dir. Genau. Abbiegen. Achtung. Noch eine Zeit. So gibst du doch vor ein. So. Danke. Wow. So. So. Du musst dann sowas nach. Ja. So. 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 Gut. Ja. Ja, es ist eben. Ja, ich hab momentan leider zu sehr Bruderbauch, aber... Du meinst Sixpack im Schreckmantel? Nein, die andere Variante ist, wer braucht ein Sixpack, wenn er ein Fass haben kann? Ja. Ah, ja. Okay. Dann kommst du nachher zu mir zur Hacker-Style, das geht in beide Richtungen. Ja, ja. Ich hab eine Gewichtssteuer. Ja. Wenn du das Video gefallen hast, bitte comment, share und subscribe zu meinem Channel. Danke sehr. Danke. Danke.